Servus Leute, im Vornherein wollte ich mich entschuldigen, dass die Schnitte in dem Video teilweise nicht grandios sind und auch teilweise leider das Mikrofon ein bisschen knackt. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, ihr seht rechts oben ist es 7 Uhr morgens. Ich hatte leider gesundheitliche Probleme nach dem Livestream, der mich doch ganz schön mitgenommen hat, danach war ich platt. Dann wollte ich erst gar kein Video machen, hab mich jetzt zusammengerissen und hatte dann doch Bock und hab mir gedacht, komm, ziehst du jetzt durch? Jetzt ist 7 Uhr morgens, ich nehm jetzt nicht noch eins auf, das heißt, es bleibt jetzt leider so. Ich find das Video trotzdem gut, ich bin sehr, sehr zufrieden, mir gefallen die Schnitte teilweise nicht, die sind aber ganz einfach darin begründet, dass ich manche Builds und Helden nicht zeigen wollte und die dann halt eben versehentlich reingenommen hab und dann dabei geredet hab, dann dumm reinschneiden musste, weil man die sonst gesehen hätte. Das ist die ganze Story dahinter, ich hoffe, das ist mir zu verzeihen. Das nächste Video wird wieder cleaner geschnitten und ich werde mich auch in Zukunft weiter darum bemühen, dass die Mikroqualität gut ist. Ich hab mich bei dem Video jetzt nicht wirklich viel bewegt, aber ich hab leider ziemlich oft aufs Handy tippen müssen, was dann eben immer wieder in so einem Knacken endet. Ich hoffe, dass ich bald am Laptop oder am PC mit einem Mikro aufnehmen kann. Mal gucken, was sich da noch machen lässt. Die Qualität wird sich auf jeden Fall weiter verbessern. Und jetzt viel Spaß beim Video. Herzlich Willkommen zum weiteren Video. Es ist Samstag, das bedeutet, ein weiterer Account-Review steht an. Heute auf dem Account vom guten Neverman. Wahrscheinlich kennt ihr ihn, den sieht man ingame ganz gern mal ganz oben in der Arena. Einer der besten Arena-Spieler dieses Servers. Einer der besten Arena-Spieler unserer Gilde. Wahrscheinlich sogar ein kleines Stückchen stärker als ich. Und heute werde ich bei dem mal drüber schauen. Ganz kurz im Voraus, er hat mich darum gebeten, kein einziges Arena-Bild zu zeigen. Das heißt, ihr werdet von manchen Helden leider nur das Level sehen. Das tut mir leid, aber ich respektiere da auch alle Wünsche. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Heldenalter an. Der sieht natürlich absolut geil aus. Also direkt zwei DB-35er-Helden. Er hat einige Massaker als Machtbursch. Auch sehr, sehr interessant. Keine Ahnung, wo der so viele Massaker her hat. Der muss ja wie verrückt gerollt haben. Der hat einen DB-35-Waller. Ansonsten haben wir hier einige DB-30-Helden. Aber da sind nicht viele auf 30. Er hat eher viele auf 20. Also der hat weit mehr Helden auf 20 als ich. Aber weniger auf 30. Daher die Macht. Ich denke, der Unterschied passt genau rein. Unendlich viele Ronins. Sehr, sehr interessant. Ja, der hat jeden Helden im Spiel. Ich glaube, ein Vermiliker auf Devo ist nicht da. Und eine Richterin auch nicht. Da glaube ich richtig. Aber ansonsten hat er jeden Helden. Hat die auch alle auf einem sehr, sehr guten Level. Vor allen Dingen die wichtigen sind alle über 30. Schauen wir mal bei ein paar Builds rein. Die Welt hat er genauso gebaut wie ich. Quick, BR, Null-In, Hyperstärke. Ich habe einen tödlichen Schlag. Jeder, wie er will. Koloss spielt er in der Arena. Die Wasserheilige auch. Den Düner auch. Den Axturern darf ich zeigen. Der hat HL und Stärken. Denk, der wird wiederbeleben haben. Ja. Also alles in allem. Die Builds auf diesem Account sind echt solide. Also hier gibt es nichts, wo ich sage, das ist totaler Bullshit. Der kennt sich aus. Kein Wunder. Der ist ja auch in meiner Gilde. Nein, aber einer der besten Arena-Spieler. Natürlich hat der Arne vom Spiel. So, ab hier kann ich dann durchzeigen. Hier oben musst du jetzt leider ein bisschen durchhüpfen. Er hat die Barbarreiterin. Mit Idee und Antrieb. Interessant, habe ich so noch nie gesehen. Kann man sich ja machen. Die Boa Queen ist auf World Boss. Der Massaker ist Machtpush. Junger Funke, unnötig. Das sind eher uninteressante Sachen. Alter, die hat er alle auf 9 gezogen. Krass. Er hat einen Hafenist mit DD ohne irgendwas. Die sind alle nicht wirklich gesetupt, glaube ich. Ich verstehe auch warum. Das sind ja auch keine wichtigen Helden. Beschwörerin hat er. Hat er auch nicht wirklich hochgezogen. Dasselbe mit dem Lord Droid. Ich finde den Skin echt geil. Den hätte ich so gerne. Den habe ich auf DB30 gezogen, weil ich irrtümlicherweise dachte, der könnte was. Fehlanzeige. Leute, der Held ist echt scheiße. Bitte, mach da gar nicht erst rum. Der taugt überhaupt nichts. Bei der Richterin angekommen, die er auf Non-Evo hat, ist das der letzte epische Held, den ich zeigen kann. Jetzt überspringe ich kurz den Waller und den Rampart. Und dann kann ich den Rest von den Legendären einfach durchzeigen. Der hat den Zeph. Natürlich hat er den Zeph. Schön auf Durchbruch 33. Flammenwache, Seelenheiler. Ja, das ist jetzt nicht das beste Luxusorten, finde ich. Ich würde eine Tyrannei draufpacken. Jedem seins. Wahrscheinlich Unwohlsein. Heilige Überzeugung. Auch okay. Also auch der Zeph. Absolut solide gebaut. Ein Runenmeister, den er in seinem Totem drin hat. Auch interessant. Steinaut, HL, HÜ. So wie ihn quasi jeder spielt. Ein Bohrer, den er wahrscheinlich mit Wiederbelebenquick im GK spielen wird. Ja. Also ich kann die Builds hier quasi vorhersagen. Der hat nichts Vogelwildes. Alles, was der hier hat, macht Sinn. Die Hälfte habe ich quasi genauso. Genauso habe ich die Athen. Das ist alles wunderbar. Lady Boom hat er nur hochgezogen, damit er einen Crit-Boost in der Heldenhilfe hat. Das ist ein Luxusproblem. Sackstark. Okay. Wir haben Lava. Auch schön. Ich werde jetzt schneller durch die Talente durchzeigen. Das wird mir ja verrückt. Aber erst mal durch die Talente. Tüchtigkeitslevel sind bei ihm okay. Ich glaube aber, da hat er noch Ausbaufähigkeit. Also da geht noch was. Ich werde hier schnell durchgehen. Wen es interessiert, der kann er gerne anhalten. Hat er den Kristallmagier? Er benutzt ihn im World-Boss. Interessant. Stark. Also. Der Rest ist, glaube ich, nicht mehr allzu interessant. Jetzt kommen wir bei den ganzen Macht-Puschern an. Alles easy. Alle da. Alle auf Durchbruch 1. Alle mit einem 8er-Talent. Hat er hier einen 10er? Auf der McTesser? Ah, für den Waller. Natürlich. Okay. Macht Sinn. Dann hat er unendlich viele Ronins. Ganz viele Macht-Pusch-Helden. Und der hat wirklich für manche Helden einfach nur fürs Schicksal Talente auf 10 gezogen. Und einen zweiten Sef und einen Waller hat der ja auch noch rumhängen. Auch noch einen zweiten Bohrer. Interessant. Okay. Jetzt sind wir bei den Garnisons-Helden angekommen. Danach kommt wieder der Düner, den ich diesmal nicht versehentlich zeigen werde. Wie beim letzten Mal. Da habe ich, wie gesagt, das Bild nicht geleakt. Aber ich bin trotzdem drüber gehüpft und wollte es natürlich nicht. Das hat ziemlich für Verwirrung gesorgt. Bei der Tüchtigkeit hat er den Düner auf 100. Die Welt auf 99. Koloss und die Wasserheilige sind jeweils auf 89 und 69, glaube ich. Also alles in allem absolut solide. Der hat noch das Erbe auf 90. Die Mumie auf 60. Also er hat überall Luxuswappen drin. Nicht die allerstärksten. Aber es reicht, um bei der Arena oben dabei zu sein. Alles klar. Sein Waller und sein Rams sind auch extrem, extrem hoch. Brettstark. Also die sind höher als bei mir. Beide auf 99. Absolut solid. Der Rest ist natürlich nicht oben in der Tüchtigkeit. Der Sef ein bisschen noch. Der Runenmeister. Aber da kommt dann nicht mehr viel. Tja. Genau wie ich. Genau wie jeder Account auf diesem Level. Wo man eben alle Helden hat. Alle Helden richtig hoch hat. Die wichtig sind. Aber sich noch nicht leisten kann, überall mit der Tüchtigkeit umzuspielen. Wie jetzt zum Beispiel eine Grinsekatze oder so. Oder was weiß ich. Ein Chico oder ein Snow oder so. Er hat solide Verzauberungen. Eigentlich genau auf meinem Level ungefähr. Power of 6.6. Danach kommt jetzt der Koloss. Den darf ich dann wieder nicht zeigen. Wir springen hier drüber. Wir schauen rein bei Massaker. Der auch auf 5 von 5 ist. Der Axe Turan. Ist auf 6 von 6. Mit Genauigkeit. Er scheint er PvP-lastig zu spielen. Er hat. Die sind alle relativ unwichtig. Ich denke er hat hier nirgendwo eine wirkliche Verzauberung drauf. Na die hat er für den World Boss wahrscheinlich. Ein junger Funki mit ner 5er HÜ. Ordentlich. Er hat sogar den Dämonen auf 6 von 6. Alles klar. Also da scheint er ein paar Jams übrig gehabt zu haben. Und hier geht's weiter. Wo ich bedenkenlos einfach rein zeigen kann. Wir haben die Magie auf 5 von 5. Ich denke es sind viele unwichtige dabei. Den Runenmeister spielt er auf LP. Ich spiele auf Crit Widerstand. LP wäre meine andere Wahl gewesen. Den Fuchs auf Dodge wahrscheinlich. Jep. Hier ist nix allzu besonderes dabei. Ich denke dass der Rampart HÜ hat. Darf ich zeigen. Ich glaube es gibt keinen Rampart ohne HÜ. Mein Gott. Bloody Mary auch auf 6 von 6. Auch Genauigkeit. Interessant. Phobos. Genauigkeit? Ja. Er mag Genauigkeit. Der Zeph hat ne HÜ. Ist okay. Ich finde unwohl sein Geiler. Aber jedem das seine. Ja. Der Rest hat irgendwelche 5 von 5er. Ich denke hier ist nicht wirklich was drauf. Naja. Okay. Den Dodge hat er noch. Die Hüterin hat wahrscheinlich auch Genauigkeit. Ja. Ich werde jetzt noch schneller durchzeigen. Ich glaube hier kommt nix allzu interessantes mehr. Also. Grundsätzlich hat er überall eine 5er Verzauberung drauf. Auf dem einen oder anderen Helden. Zum Beispiel auf dem Elektriker. Wahrscheinlich damit er. Naja. Irgendwo Heldenhilfen reinpacken kann. Den hat er nämlich auf Crit gebaut. Hat er als 6er. Aber alles in allem absolut solide. Keine Müllverzauberungen drauf. Also. Natürlich Müllverzauberungen. Aber ich meine jetzt. Unter Level 4. Oder Level 5. Jo. Hier kann ich jetzt schnell durchzeigen. Hier wird nix allzu interessantes mehr kommen. Der Mino ist auf Angriff. So gehört sich das. Der Geister-Maria. Crit. Sehr interessant. Das wird auch ein Hilffeld sein. Okay. Jetzt sind wir bei Paladin angekommen. Absolut solide. Kann man sich nicht beschweren. Sieht man mal wie der seine Helden ungefähr spielt. Ich denke die Arena-Helden wären natürlich am interessantesten. Wie gesagt. Die kann und darf ich nicht zeigen. Das tut mir sehr sehr leid. Ich denke der Rest ist trotzdem auch ganz spannend. Seine Basis ist komplett maxed. Hier geht gar nichts mehr. Also gut. Die Minen und die Bohrer gehen noch ein bisschen. Ne auch nicht. Nur die Minen. Okay. Er hat ansonsten alles auf 30. Oder halt eben auf 20. Je nachdem wie hoch es geht. Absolut stark. Weit höher als meine Basis. Respekt an Lennart. Der war fleißig. Auf dem Account gekauft wurden übrigens 607.790 Gems. Naja. Ich glaube die 6000 Splitter die er da noch bekommt. Die wird er ganz dringend brauchen. Zum Glück sind die Belohnungen ja so gut. Auch die eine 5er Truhe wird ihm wahrscheinlich das Leben retten. Ich glaube wenn er die nicht bekommen würde, wird der Account irgendwann auch gegen die Wand gefahren werden. Zum Glück ist IGG so spendabel. Was für dumme Wichser. Hm. Was will man dazu sagen? Eine 5er Truhe bei 700.000 Gems die man gekauft hat. Man steckt denen 3000 Euro in den Arsch. Und die geben einem eine 5er Truhe. Die kriege ich wenn ich hier eine scheiß Quest abschließe. Was ist denn falsch bei denen? Das regt mich jetzt auf. Alles klar. Nachdem ich mich kurz drüber aufgeregt habe wie dumm IGG ist, geht es im Lagerhaus weiter. Das war sehr sehr stacked vor kurzem noch. Da hatte er der zigtausend Truhen drin und so. Die sind jetzt alle offen. Er hat auch schon wieder ordentlich was verbraten. Da sind nur noch 10k Bücher. Was natürlich trotzdem ein Traum ist. Er hat hier genug Gold und Mana Pakete um noch ein bisschen was zu machen. Brutal viele Karma Steine. Das ist natürlich richtig geil. Nochmal 80 Coins. Ich schätze mal der Wörter sich nochmal 0 inbeziehen wollen beim nächsten Eier Event. Was hat er noch? Blaue Kristalle sind sehr sehr schwach besetzt. Hm. Das geht bald zu Neigeländer. Da würde ich mal wieder ein paar mitnehmen. Aber ich denke hier reichen erstmal noch ein bisschen. Auf 10 kann er noch knapp 5 Talente ziehen. Hat hier ordentlich Talente rumliegen auch. Also so ein Seelenheiler oder so. Habe ich noch nie gesehen. Eine Flammenwache. Wann nimmt man die denn her? Also Flammenwache, Steinhaut. Das sind so Talente. Die kann man als Talent im Lagerhaus haben. Habe ich nicht gesehen bis jetzt. Nur 3000 Verzauberungstruhen. Das ist eng. Wenn der noch 5 HÜs braucht. Und pro HÜ 1000 Truhen braucht. So wie ich immer. Dann kriegt er die nicht so schnell zusammen. Also insgesamt ressourcentechnisch ist das Lagerhaus nicht allzu stacked. Das ist natürlich stark. Das ist keine Frage. Aber da geht noch was. Die Durchfußsteine sind natürlich wieder geisteskrank. Das ist keine Frage. 23.000. Boah. Das ist natürlich richtig geil. Die Apex Steine dafür. Und vor allem die Kapitalmobine. Eher dürftig. Aber. Naja Gott. Ich denke der wird gerade was hochgezogen haben. Und ich denke der ein oder andere Euro wird ja auch noch fließen. Das heißt ich mache mir keine großen Sorgen. Dass der so schnell keine Ressourcen mehr hat. Wir haben hier noch 5 Minus. Wir haben 6 Zerstörer. Solide 5 Elektrikers. Noch ein Waller. 5 Hüterinnen. Ein Lava. 5 Lasius. Da hat er noch ein Seff. Fürs Relikt. Das dann irgendwann hoffentlich höher geht. 6 Düners hat er auch mal eben noch rumliegen. Warum nicht? Ich meine. Vielleicht muss man ja mal noch einen 2. und 3. Dünner hochziehen. Ich schätze es wird uns Relikt gehen. Der hat einfach nicht genug. Überreste. Ein paar epische Kopien hat er auch noch. Ich denke da fehlen überall nur die Überreste. Er hat ja noch ein paar Entzündungssteine. Absolut viele Kampftalentabzeichen. Alle haben irgendwie 3000 davon rumliegen. Mir fehlt auf meinem Main Account nur diese Kampftalentabzeichen. Ich könnte direkt auf 40% Marschgeschwindigkeit gehen wenn ich die hätte. Alle haben die. Ich irgendwie gar nicht. Er hat 200 davon bei der Wasserheiligen. Das sollte eigentlich reichen fürs nächste Level. Ich denke da hat er einfach was verpennt. Ich schätze es wird er dann nach dem Video machen. Alles in allem. Absolut solides Lagerhaus. Vor allen Dingen diese Durchbruchsteinkisten sind natürlich extrem geil nochmal. Aber jetzt nicht mega überfüllt. Also ist noch überschaulich. Ist okay. Seine Wächter sind auch fast maxed. Zumindest der Prophet ist maxed. Beim Heiligen fehlt noch ein kleines bisschen was. Beim Berserker genau dasselbe. Aber das ist alles in 3-4 Wochen getan. Die hier brauchen bei jedem noch ein bisschen. Ich glaube die hat kaum einer maxed. Der nicht absolut durch die Decke geht mit dem Kaufen. Aber das wird ganz gemächlich hinterher gezogen. Da hat alles ein bisschen Zeit noch. Doch die Prüfung des Wächters ist interessant. Und da ist er bei 54. Genau wie ich mittlerweile auf meinem Main Account. Weiter kommt man irgendwie einfach nicht. Die ist super schwer. Also mal gucken wer von 2 die zuerst schafft. Ist schon fast ein Wettstreit. Bin mal gespannt. HBM hatte AM noch nicht geschafft. Alles klar. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich denke da hat er sich noch nicht wirklich rangesetzt. Da gebe ich ihm mal eine halbe Stunde Zeit und 30 Trice. Dann hat er das auch durch. Die Meister Dungeons sind komplett zu Ende gespielt. 870 Flammen. Da war einer ordentlich. Genauso will ich das sehen. Naja. Das Base Design gefällt mir. Ich finde es gefährlich. Wenn der Laso nämlich hier reinfliegt. Und hier an dieser Basis zum Beispiel prockt. Dann nimmt der alles mit. Dann ist die halbe Basis ein Schutt und Asche. Deshalb mag ich persönlich mein eigenes Basis Design so gerne. Das ich ja auch geklaut habe nur. Aber da kann der Laso eben procken. Und wenn er prockt, nimmt er nur 20-30% mit. Weil er eben nicht weit in die Basis fliegen kann. Weil die Heldenbasen einfach weit außen stehen. Das hat die Basis nicht gegeben. Dafür ist sein Ziel wahrscheinlich eher den Laso überhaupt gar nicht zum Procken kommen zu lassen. Also er wird ihn einfach versuchen abzuhalten. Der hat auch eine gute Death. Das ist natürlich keine Frage. Wer so gute Arena Helden hat, dass er alles wegnatzt. Kann auch Angriffshelden weghauen mit diesen 50% gesteigerten Stats in der Death. In der Arena ist er gerade auf Rang 13. Er wurde hier ein bisschen runtergekloppt leider wieder. Hat aber eine der besten Deaths. Also ohne Scheiß. Lennart und ich schlagen mittlerweile die komplett gleichen Gegner. Da ist keiner dem anderen wirklich voraus. Aber Lennart hat mit Chico und mit Mats Teda und mit Heo die beste Death im Spiel. Gegen die meisten anderen. Ich persönlich tue mir nicht schwer bei ihm. Aber was ich von anderen höre und was ich bei dem sehe, wer denn alles fehlt. Absolut krass. Echt stark. Der hat auch letzte Saison auf der 3 gefinisht. Während Obito auf der 1 war. Also COP ist mittlerweile in der Arena ganz oben vertreten. In der Saison hatten wir leider extrem viel Pech und wurden davon Kasa absolut auseinandergenommen. Aber ich mache mir da keine großen Sorgen. Das nächste Mal holen wir da wieder mehr raus. Seine Pad Level sind quasi auf dem selben Level wie meine. Sogar ein bisschen stärker würde ich sagen. Also der hat hier viel auf 35. Piplow zum Beispiel fehlt mir komplett. Und der Rest dahinter ist komplett maxed. Also absolut ordentlich. 1000 Höllenbarn. Wo nimmt man denn so viele Pets her? Ich brüte dauerhaft Eier auf meinem Main Account. Ich habe da keine Sekunde Leerlauf. Trotzdem fehlen mir da noch mindestens 2 Level. Also ich weiß nicht, ob der 32 oder 33 ist. Aber wo nimmt man 1000 extra Dinger her? Ganz krass. Alles klar. Die Superpets kann ich leider nicht zeigen, weil man dann sehen würde, was er wie spielt. Wenn ich es runternehme, sieht man, welche fehlen. Wenn ich alle runternehme, weiß ich nicht mehr, welche wo drauf waren. Und am Ende mache ich da irgendwas kaputt. Da möchte ich jetzt lieber nicht reinfummeln. Er hat fast alle auf 35. Er hat fast alle Superpets auf 35. Mindestens 6 Stück. Dann geht es runter auf 32, 30, 25, was weiß ich. Das niedrigste ist auf 16. Das ist der kriegerische Bulle. Bei den Non-Mutant-Pets hat er auch ordentlich was hoch. Da fehlt es da ein bisschen mehr. Da hat er ein paar nicht ganz hochgezogen. Aber ich glaube, das sieht bei jedem gleich aus eigentlich. Also sind höher als meine. Da hat er mir echt bei einigen Sachen einiges voraus. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Wir kaufen ja eigentlich dieselben Pakete. Die Trades an sich sind solide. Es sind wenig ganz perfekte Pets dabei. Aber er hat sehr, sehr viele Pets mit 200ern und einem 40er. Oder 200ern und einem 60er. Oder einem 100er und einem 70er und einem 60er. Also irgendwas in die Richtung. Richtig schlechte Pets sind nicht dabei. Das erinnert mich auch gerade daran, dass wir nochmal bei den Relikten, bei den Helden reinschauen müssen. Die habe ich nicht gezeigt. Respekt, ich denke aber, die werden auch sehr, sehr ordentlich sein. Ach du Scheiße. Also ich wusste, dass seine Welt stark ist. Der hat richtig geile Stats auf der Welt. Aber so stark. 8,5 Grad Crit. 26.000 Genauigkeit. Boah, das ist ein richtig geiles Relikt. Heilige Scheiße. Okay, Respekt. Absolut geiles Weltrelikt. Nicht schlecht. Der Axturan, naja, hinkt ein bisschen hinterher. Ist auch okay, aber da ist noch definitiv viel Luft nach oben. Jetzt sind wir wieder da, wo ich problemlos durchzeigen kann. Die Barbarreiterin ist okay. Die ist sehr, sehr nice von den Leveln her. Aber sind es nicht die wirklich sinnvollsten Trades? Naja, ich zeige durch. Ich denke, viel Megaspannendes wird sie nicht zu sehen geben. Einfach, weil er viele davon wahrscheinlich nicht wirklich gemacht hat. Also ich meine, das hier sieht nicht nach dem gerollten Relikt aus. Ganz kurz. Sein Rampart und sein Waller haben keine wirklich geilen Relikte. Also, ist jetzt nicht der Mega-Bringer. Ist natürlich nicht schlecht. Aber ist nicht super toll. Der Zeph auch okay. Der Runenmeister okay. Das ist wieder vom Level sehr, sehr hoch. Aber dafür sind die Trades die falschen. Also seine Relikte sind durchschnittlich einfach eine Schwäche. Also, der hat kein perfektes Relikt. Und der hat kein wirklich mega geiles Relikt. Die sind alle durchwachsen. Okay, aber nicht wirklich stark. Also, öh, jeder Account hat irgendwo einen Manko. Bei den meisten sind es aber die Relikte. Ich denke, das ist bei meinem eher weniger. Bei meinem sind es eher die Pet-Level. Die sind einfach komplett lächerlich. Der Michael hat nie Liebe bekommen. Ich zeige jetzt den noch schnell durch. Aber ich denke, oh, das ist natürlich nett vom Level her. Ich denke, viel Mega-Krasses wird hier hinten nicht mehr kommen. Der PD ist noch ganz okay. Von den Leveln her. Aber auch da passen die Trades wieder überhaupt nicht zum Helden. Also, hm. Ich denke, seine Gems werden in Zukunft aber auch in Relikte fließen. Seine Verzauberungen sind fast alle perfekt. Da fehlen nur noch die Trade-Karten. Die Gems, die er hat, werden in Relikte gehen. Oder in neuen Helden, wenn mal einer rauskommt. Ich zeige jetzt hier noch schnell durch. Der hat viele nicht mehr freigeschaltet. Auch interessant. Würde ich wahrscheinlich machen für die Macht irgendwann. Aber seine Sache. Die haben alle überhaupt keine Relikte. Alles klar. Die Relikte sind, wenn ich sie von 1 bis 10 bewerten müsste, eine 5. Alles klar. Ich würde schon fast sagen, wir haben eigentlich alles wirklich Interessante durch. Den Heldenaltar, wobei ich leider die wichtigsten Helden auslassen musste. Das ist natürlich schade bei so einem Top-Account. Und grundsätzlich, bei vielen Accounts, wo wirklich ganz oben mitgespielt wird, kann es natürlich sein, dass Leute wollen, dass irgendwas nicht gezeigt wird. Das muss ich dann immer beherzigen und berücksichtigen. Ist ja keine Frage. Das macht es dann natürlich ein bisschen schade. Weil das wahrscheinlich die Interessantesten wären zu sehen. Da kann ich dann leider nicht viel dagegen machen. Das tut mir natürlich leid. Grundsätzlich ist es aber, glaube ich, ganz interessant, mal so einen Eindruck von so einem Altar zu bekommen, der eben nicht absolut stacked ist. Wir hatten jetzt Grinsekatze. Da ist eh alles auf 30. Das ist ein, naja, überdurchschnittlicher Account. Aber das ist ein Account, den man jetzt mit richtigen Investments und ein bisschen Geld in CC stecken machen kann. Nicht wie Katze, wo dann halt... Naja, das ist eine andere Dimension. Das wissen wir alle. Und trotzdem schafft das, meiner Meinung nach, einer der Top-10-Arena-Pvp-Spiele zu sein. Wie gesagt, wahrscheinlich auf dem genau gleichen Level wie ich. Vielleicht ein mini-kleines Stückchen stärker, weil seine Dev besser ist. Aber alles in allem, Top-Account. Respekt an Lennart. Mega geiles Ding. Hat er gut hochgezogen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, der Account war interessant anzuschauen. Ich persönlich fand ihn jetzt sehr interessant, einfach mal zu sehen, dass es gar nicht unbedingt alles auf DB30 braucht, um ganz oben mitzuspielen, weil eben nur die wirklich wichtigen Helden zählen. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne.